Köln, die Eskalation im Sommerhaus ist derzeit in aller Munde. Jetzt mischt sich ausgerechnet ein bares für rares Experte in den TV-Skandal ein und schießt im Netz gegen Reality-Giftspritze Valentina Doronina, 23. Nachdem der Streit zwischen der Blondine mit ihrem Freund Ken Kaplan, 27, und Luigi Gigi Birrufio, 24, in Handgreiflichkeiten endete, mussten alle Beteiligten die Show verlassen. Während der Italiener wegen seines Schlages aus dem Format entfernt wurde, mussten die 23-Jährige und ihr Partner wegen ihrer ständigen Hetzerei und psychischer Gewalt die Koffer packen. Die Sympathien in dem Zoff scheinen klar verteilt, während die ehemalige Promi Big Brother Teilnehmerin versucht, sich ausschließlich in die Opferrolle zu manövrieren, schlägt ihr im Netz trotz allem blanker Hass entgegen. Plötzlich mischt sich auch Sven Deutschmanek in die Thematik ein. Der 47-Jährige ist regelmäßig als Experte bei Bares für Rares im Einsatz und hat mit der Trash-TV-Welt eigentlich so gar nichts am Hut. Bis jetzt. Auf Instagram teilt er einen Beitrag mit einer Szene aus Valentinas Story. Darin spricht die 23-Jährige erneut über die Situation mit Gigi im Sommerhaus. Valentina Doronina schießt in typischer Manier gegen ZDF-Experten zurück. Ich war einfach so schockiert, Leute, das ist so krank, gibt sich das TV-Sternchen noch immer fassungslos. Dann sieht man das Foto eines afghanischen Windhundes mit langem, blonden Fell. Ganz offensichtlich eine Anspielung auf Valentinas Frisur. Ein echter Schock für Valentina, frisurentechnisch, schreibt Deutschmanek dazu. Doch damit nicht genug. Der Trödel-Experte setzt noch einen drauf und kommentiert das Bild mit den Worten, Winner. Dümmste Hunderasse der Welt. Die Beleidigung Hund war auch im Sommerhaus ein Thema. Natürlich lässt Valentina die verbale Attacke nicht unkommentiert stehen. Gegenüber Bild holt sie zum Gegenschlag aus. Solche Leute sind peinlich und wollen Aufmerksamkeit auf meinen Nacken. Pestet die Krawallbürste gegen das ZDF-Gesicht. Warum sich Deutschmanek urplötzlich in die Niederungen des Trash-TV-Sumpfes hinabbegibt, bliebt vorerst sein Geheimnis. Dazu äußerte sich der 47-Jährige nämlich bislang nicht. Untertitelung des ZDF-Gesicht.